Ich bin Katharina, ich habe die Avantgarde Academy gegründet und die Boss App Girl Academy. In der Avantgarde Academy zeige ich Personen, wie sie erfolgreiche Eventmanager werden im Exklusivbereich. Und mit der Boss App Girl Academy zeige ich Frauen, wie sie finanziell unabhängig werden mit ihrem eigenen Online-Business. Ich habe damals auf der Suche nach einem passiven Einkommen ein Infoprodukt erstellt. Und hatte die Hoffnung, mit diesem Infoprodukt erfolgreich zu werden. Leider lief das nur so semi-optimal und ich habe dann viel gegoogelt und habe dann ein Video gefunden zum Thema Infoprodukte sind tot. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil das Ganze bei mir nicht so funktioniert hat, wie ich mir das erhofft hatte. Und so habe ich dann die Baulig Consulting bzw. Andreas kennengelernt. Vor dem Coaching hatte ich ein Offline-Business mit zehn Mitarbeitern, konnte aber nicht mehr skalieren. Und ich bin da einfach an so eine Grenze geraten und wollte diese Grenze einfach überschreiten, auch mehr Umsatz machen. Also ich hatte dann nach Abzug der Ausgaben für Mitarbeiter 150.000 Euro im Jahr, wollte aber dennoch auch mehr verdienen. Und aber auch mehr weitergeben, also mehr Wissen weitergeben. Und das hat im Offline-Bereich einfach nicht mehr funktioniert. Ja, also im Grunde hatte ich keine Angst, mit Baulig zusammenzuarbeiten. Also ich habe mir das angesehen. Das klang alles für mich sehr, sehr plausibel. Das Einzige, was ich dachte, war, vielleicht ist das in meinem Business nicht umsetzbar. Ja, also ich war mir da nicht so ganz sicher, ob ich auch in meinem Event-Bereich da auch Fuß fassen kann im Online-Bereich. Und da habe ich dann, ja, das war so meine größte Sorge. Nein, und letzten Endes hat sich herauskristallisiert, dass das vollkommen unbegründet war. Also klar ist es auch möglich, eine Academy online aufzubauen. Warum auch nicht? Ich muss ja die Leute nicht dafür sehen. Ganz im Gegenteil ist es sogar ganz gut, dass es so ist, dass ich wesentlich mehr Personen helfen kann, wenn ich das Ganze online mache. Auch über eine Art Gruppencoaching und damit auch systematisiert viel, viel mehr Personen einfach helfen kann. Also nachdem ich das abgeschlossen hatte komplett, es hat so ungefähr drei Monate gedauert, habe ich auch direkt Umsatz gemacht. Also ich hatte direkt, ja, nach drei Monaten meine ersten Aufträge und da ist der Umsatz auch schon ganz schön in die Höhe geschossen. Also sowas hätte ich niemals erwartet. Naja, ich hätte nicht gedacht, dass wirklich so viele Leute von diesem Online-Konzept so, ja, überzeugt sind einfach. Ja, also ich dachte, die wollen wirklich die Leute persönlich treffen. Und ja, letzten Endes wurde das sehr, sehr, sehr gut angenommen. Die, ja, nachdem dann die potenziellen Kunden gesehen haben, dass das möglich ist, dass meine Auszubildenden sehr, sehr erfolgreich werden dadurch, ja, hat sich das Ganze dann aufsummiert. Und es wurden dann immer mehr Leute, die dann gesagt haben, oh, ich will unbedingt in der Avantgarde Academy oder in der Boss App Girl Academy starten, weil sie halt einfach schon Erfolge gesehen haben und schon festgestellt haben, so, ja, das funktioniert wirklich. Und das war natürlich dann wirklich grandios. Meinen höchsten Monatsumsatz hatte ich tatsächlich direkt im ersten Monat. Der lag bei 53.000 Euro Netto-Umsatz. Und ja, das Ganze hält sich eigentlich auch so konstant durch, ne, also, da hat sich jetzt nicht so sonderlich viel dran geändert, aber ich denke, auch das wird sich noch nach oben skalieren, da die Boss App Girl Academy jetzt halt auch komplett durchstartet und sehr, sehr gefragt ist. Ja, also, sagen wir mal so, es ist absolut surreal, ja, also, vorher habe ich das Dreifache davon im gesamten Jahr verdient, jetzt ist das so im Monat der Fall und, naja, es ist immer noch kein Ende in Sicht, bedeutet, es ist absolut genial, weil ich dadurch meine Firma, meine ganze Unternehmung auch immer weiter verbessern kann und habe halt einfach sehr, sehr viel, ja, Geld, um das ganze Konzept weiterzuentwickeln und damit auch wieder meinen Auszubildenden zu helfen und das ist genial. Ja, also, meine Key-Learnings waren tatsächlich, dass ich, ja, wenn man ein System hat, ja, dass man dann extrem schnell skalieren kann. Man muss nur wissen, wie. Dank der Bauligs habe ich einfach festgestellt oder gelernt, ja, welche Schritte ich praktisch gehen muss und das Ganze, um das Ganze einfach viel, viel schneller umzusetzen, ja. Also, ich war viel, viel schneller an meinem Ziel und denke, das ist auch noch nicht, da ist noch nicht das Ende erreicht. Ich würde sagen, ich war vorher schon recht zielstrebig und auch schon erfolgreich, aber dadurch, ja, bin ich einfach noch selbstsicherer geworden. Und habe noch mehr festgestellt, wie ich, ja, dass ich Dinge praktisch schnell erreichen kann, ja. Also, Sachen, die man sich nicht wirklich vorstellen konnte oder die ich mir vorher nicht vorstellen konnte, sind jetzt einfach real geworden. Und dadurch kann ich sagen, dass andere Dinge, die ich mir jetzt wünsche, auch, dass ich ganz genau weiß, dass ich diese schnell erreichen kann. Für mich ist es insgesamt ziemlich genial, dass ich einfach gelernt habe, alte Glaubenssätze loszulassen, ja, dass ich immer gedacht habe, ja, wenn man, ja, sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Jahre macht, dann wird man irgendwann erfolgreich. Und letzten Endes, ja, war da so ein Key-Learning oder so ein ganz besonderer Moment, als ich einfach festgestellt habe, dass das, ja, viel, viel schneller möglich ist. Außerdem auch, dass ich sehr vielen Menschen einfach helfen kann jetzt. Also, das ist sehr viel mehr Menschen als vorher. Das ist absolut genial. Also, es macht mich unglaublich glücklich, anderen Menschen zu helfen und, ja, ihr Leben wiederum zu verändern. Das, ja, ist für mich eine ganz extreme Erfahrung gewesen, dass ich einfach durch die Bauligs festgestellt habe, wie man noch mehr Menschen erreichen kann, denen man noch mehr helfen kann. Ja, also, mein Leben hat sich grundlegend verändert, weil ich einfach auch jetzt in der Lage bin, ein viel, viel größeres Büro zu mieten, ja, noch mehr Leute einzustellen. Also, das heißt, nicht nur mein Leben hat sich verändert, in dem Sinn, dass ich noch zufriedener einfach bin, ja, und noch näher an meiner Vision bin, also noch näher daran bin, genau das zu erreichen, was ich mir für mein Leben wünsche, sondern es ist so, dass ich auch andere Menschen da beeinflusse und mitnehme. Und das werden jeden Tag mehr. Also, es sind einmal mehr Leute, die bei uns die Ausbildung machen, deren Leben ich verändere, ja, die teilweise jetzt kündigen, die jetzt selbstständig sind, die selbstbewusster sind. Dann meine Mitarbeiter, ja, die sind glücklicher, weil sie halt auch einfach mehr verdienen. Und, ja, ich selbst kann mehr Leute einstellen, die sozusagen mit mir zusammen an meiner Vision arbeiten. Und das ist absolut genial. Ja, also, ich finde es super, in sehr netter und intelligenter Gesellschaft zu sein, Menschen um sich zu haben, die einen verstehen, ja, die ähnliche Ziele verfolgen, die eine ähnliche Vision haben. Also, es ist, ähm, hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, ja, weil es ist wie so eine Art Familie. Ähm, Gruppe, Gemeinschaft von Menschen, äh, die ich, äh, größtenteils wirklich sehr, sehr mag und, ähm, ja, die mich auch weiterhin unterstützen in dem, was ich tue und ich kann sie wiederum unterstützen. Das macht einfach großen Spaß.